Ja, hier im Niemandsland, hier im Niemandsland kommt Irini auch zum Füttern. Es ist geplant, hier ein paar Hütten hinzumachen, weil es im Winter sehr kalt ist. Da unten steht schon eine. Es müssen aber noch mehr Hütten her, damit die Tiere auch im Winter geschützt sind. So, jetzt fressen alle. Ach Gott. So. Das war's.